Damals haben wir sehr stark über das Thema Nachhaltigkeit und natürlich auch Kredel-to-Kredel von Ihnen aus diskutiert. Sind wir weitergekommen in diesen zwölf Jahren? Ja, allgemein sind wir schon weitergekommen, aber wir sind viel zu langsam. Irgendwann wird die Gesellschaft die Vitalität nicht mehr haben, die Dinge zu ändern, weil sie für die Reparatur der Zerstörung so viel ausgibt, dass sie gar nichts Neues mehr machen kann.